Das Rennen der einer Kanadier auf der Regattastrecke in Oberschleißheim ist der einzige der sieben Kanu-Wettbewerbe, den die sowjetischen Fahrer und Fahrerinnen nicht gewinnen. Der Rumäne Ivan Patsachin macht das Rennen. Der deutsche Detlef Lewe Bahn 3, dreifacher Weltmeister, kommt hinter dem Ungarn Wichmann auf den dritten Platz. Untertitelung des ZDF, 2020